Auf die Plätze, fertig, los! Auf die Plätze, fertig, los! Mit neun von zehn bin ich nicht ganz zufrieden, der zweite ärgert mich, wobei ich hoffe, ich kriege einen Bonuspunkt für den ohnehin gucken, weil das war ja schon deine Leistung. Einen Bonuspunkt gibt es nicht, trotzdem übernimmt Christopher Rudeck mit seinen neun Treffern die Führung in der Club-Challenge-Wertung. Lukas Diedrich rutscht damit auf den zweiten Rang.